Hinter dem LKW-Reifen. Bam, habt ihr ihn gesehen. Einen wunderschönen guten Tag ihr Hübschen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Combat Arms Classics. Ich hab mich jetzt mal dazu entschieden, im Wechsel von Woche zu Woche einmal VIP, einmal Normal Elite zu machen. Und ich bin gerade am Rauchen, nicht wundern. Ich muss aber mal irgendwie gucken, dass ich hier auf dem Level bleib. Weil Combat Arms und ich, wir sind beste Freunde. Und das heißt, ich, ja, abkommen mit Armsleep. So. Eurig, ich weiß gar nicht, ob wir Eurig schon hatten. Aber ich glaub schon. Müsste ich jetzt auf den Zettel gucken, bin ich mir nicht sicher, deswegen machen wir jetzt mal kein Eurig. Und suchen uns mal ein Räumchen raus. Piazza, sehr geil, aber S&D ist jetzt, dauert mir zu lange. Mhmmm. Roadkill Elimination. Bam. Sind wir gleich mal dabei. Das ist, finde ich, ähnlich aufgebaut wie bei Kill Creek. Nur, dass du da nicht über eine Brücke latschen musst, sondern... Sondern über eine Straße. Und das auf hier keine Züge stehen, sondern LKIs. Und Panzer und sowas. Und hier kannst du auch richtig ekelhaft eingekesselt werden. Wenn du hier nicht aufpasst. Das war schon mal der Erste. Ne, der hat Orthos dabei. Ich flippe aus, Junge. Flippe aus. Ja, scheiße. Da hat der Orthos dabei. Ich glaub es nicht. Hier muss man auch verdammt aufpassen. Jede Ritze in jedem LKW, die... nutzen die Gegner aus zum Durchschießen. Da hinten sitzt du nicht an und schießt schon noch nicht. Da. Hinter dem LKW reifen. Bam, habt ihr einen gesehen? Oh, daneben. Mann, hampel mir doch mal nicht so vor der Nase rum. Kann man richtig schön durchschießen. Oh, geht weg. Ich seh nix. Was ist daneben? Jetzt muss ich erstmal nachladen. Sniper-Only macht die Map auch richtig Spaß. Ja, na klar. Du bist ja der Oberpro. Den versau ich dir aber. Naja, durch das Feuer latsche ich nicht durch. Aber wir können immer ein paar Nades nach vorne schmeißen. Haben wir ja alles dabei. Oh, nein. Bam. Bam. Multikill gesnipern. Multikill. Da hinten kommt einer. Oh, daneben. Da ist er. Habt ihr ihn gesehen? Die Kamera ist gerade angeladen. Mit einem Schuss, Alter. Bist du lebensmüde, Junge. Feierloot. Feierloot Star. Das ist ja eigentlich das Assozialste beim Rauchen während des Zockens. Wisst ihr, was das ist? Wenn die Asche auf die Tastatur fällt. War eine geile Runde eigentlich, ja? War zwar ein bisschen kurz, aber war eine geile Runde. Und ich hab 9-4 gespielt. Oh, sehr schön. Mal positiv. So, wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein.